Ja, letzte Folge waren wir da hinten auf der Spitze, haben da den grünen, weiß ich, wie der Pal hieß, Lickpunk oder sowas aufgesammelt. Und jetzt sind wir hier auf der anderen Spitze und da gibt es ein Ei. Das nehmen wir mit, ihr guckt das Logo und dann gehen wir weiter suchen. So, saftiges grünes Ei, keine Ahnung wer das ist, müssen wir dann mal mitnehmen. Und, wie wir sehen, auf der Spitze da oben liegt auch was. Das heißt, wir müssten mal schauen, dass wir von hier aus jetzt da rüber kommen und hoffen, dass das da klappt, dass wir da hochkommen, ohne dass wir abstürzen. Oh, da bleibt man gerade stehen, wenn man da stehen kann. Das war ja jetzt knapp, ne? Gut, dann gucken wir, dass wir da hochkommen. Da gibt es auf jeden Fall eine Plattform, die wir wahrscheinlich erreichen können, oder? Hier gibt es wildere. So, da oben ist auf jeden Fall was, entweder ein Nest oder ein Ei, oder? Ja, sieht nach einem Ei aus. Aber das ist kein besonderes Ei, oder? Düsteres Jumbo-Ei, ich glaube, das hatten wir schon. Da habe ich mit mehr gerechnet jetzt. Schauen wir mal, ob wir die vielleicht kriegen, weil da brauchen wir auch noch einen von, da haben wir noch keinen von, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wie viele Eier haben wir denn noch. 30. Na, Eier sind es nicht, ne? Sphären. Sparkle. Da oben laufen die Hunde. Komm, das müsste hier jetzt gehen. Dreie sind es an der Zahl. Da werde ich ja wohl einen von den beiden jetzt kriegen, oder? Einer ist schon mal drin, sehr gut. Und der andere ist jetzt gleich tot. Ist schon tot. Ja, der liegt da unten wohl. Gut, dann hat das geklappt. Wir haben ein Direhole. Direhole. Hole. Hole. Hole heißt der wohl. Die sind nicht ohne. Haben wir gerade gemerkt. Da hinten war das Lager. Jetzt lassen wir uns mal gerade gucken, wo hier ein... Ja, wir müssen da sowieso lang. Weil da irgendwo der Punkt ist, dass wir reisen können. Okay, aber das Lager ist wieder neu besetzt. Ja, den kann ich jetzt schlecht von hier erschießen, oder? Weiß nicht, ob ich den schon mal sehe, jetzt hatte. Vielleicht habe ich so einen schon gehabt, weiß ich aber nicht. Dumut haben wir schon einen gehabt. Da liegt noch was. Ich glaube, jetzt haben wir sich hier schon wieder aufgeräumt, ne? Da ist noch was, wo der eine gefallen ist. Da liegt auch noch was. Das war Holz, das war jetzt nicht so nötig, ne? Ist hier was zu essen drinne? Können wir nicht rausnehmen. Gut, äh... Ja, dann kommen wir zum Sprungpunkt weiter, ne? Shit daneben getroffen. Na super, aber ich habe ihn trotzdem erwischt. Ich dachte, ich hätte eine falsche. Ich habe doch eben so einen Nashorn, oder was das für einer gewesen ist, auch gesehen, meine ich, ne? Ach, guck mal da. Den haben wir schon erledigt. Und den haben die erledigt. Ist das Leder? Ja, okay, dann müssen wir gucken, dass da auch noch Leder vielleicht liegt. Da ist es. Kurz gucken, wo der Sprungpunkt ist. Okay, wir sind wohl falsch abgebogen. Na, dann gehen wir hier weiter entdecken. Dann sehe ich, das ist bestimmt das feuchte Ei, was ich da eben hatte, ne? Kann das sein. Ein paar Goldmünzen, da ist noch eine Kugel. Hier sind ganz Liebe. Was ist das da für einer? Den kenne ich noch nicht, oder? Ne, Joltok kenne ich doch. Und das ist so ein Hund. Ja, ein Direwolf. Was ist das denn für einer? Inzimmerraum, oder so? Okay, der hat mich gerade erwischt. Kann ich den fangen? Weiß ich nicht. Den Inzimmerraum habe ich auf jeden Fall. Was ist das? Das ist auch wieder ein anderer. Warte mal, der ist mir auch schon mal begegnet, ne? So, die sind schon erledigt, ne? Keine Ahnung, wofür der Inzimmerraum gut ist. Ich habe ihn aber gefangen gekriegt. So, hier ist noch was. Und es wird dunkel, sonst shit. Wo ist denn dieser Punkt zum wechseln? Da hinten ist einer, aber da ist was Grünes. Das heißt, eigentlich sollten wir da hin. Und da ist das, was ich haben wollte. Es ist schon zu dunkel, ey. Ich sehe schon kaum, wo ich hinspringe. So, wo ist denn dieser Reisepunkt? Das wäre jetzt wichtig. Er ist da links. Das heißt, ich muss hier so oder so irgendwie runter. Ausdauer ist gleich weg, aber hier können wir landen, ne? Da ist der Turm und neben dem Turm war, glaube ich, dieser Punkt da war. Wie kommt man da hin? Gute Frage, ne? So, im Dunkeln ist es ein bisschen doof, weil er jetzt nicht schießen kann gut dann, ne? Hier geht es so steil hoch, da ist doch oben so ein Ei liegend, oder? Das haben wir doch aus der Ferne irgendwo gesehen, oder? Ne, da ist sogar noch was anderes Grünes oben. Wenn es dann hier ist... Ah, ne, ist nicht hier, hier oben ist das Ei. Das blinkt da schon. Das ist eine andere Spitze da hinten noch. Düsteres Jumbo-Ei, kennen wir schon. Da ist ein Sprungpunkt. Aber da komme ich nicht hin. Ja, hier runter segeln ist jetzt ein bisschen schwierig. Ich glaube, zu hoch noch. Dann stürzen wir ab, können wir mal sterben. Ach, guck mal, was da ist, was Grünes. Fliegen wir doch mal hin, ne? Den habe ich nie gesehen im kleinen Dorf. Die Stelle kenne ich hier irgendwie gar nicht. Okay. Ist hier der Händler nehmen. Okay. Da ist die Statue. Oder was es auch immer ist. Ist hier irgendwo so ein Nachtgeschöpft noch am rumfliegen. Weil da müssten wir auch nochmal. Wir hatten ja noch so einen, wo wir nicht wussten, wer das ist, ne? Hör, die anderen sind alle im Proven. Macht alle keinen Sinn gerade, glaube ich. Wir müssen sowieso unsere Mannschaft hier gerade irgendwie ändern, weil die sind doch tatsächlich ziemlich stark. Und machen wir alle kaputt, dann kann ich die gar nicht einfangen. Ich glaube, wir wollen erst mal welche einfangen, doch dann wir auch noch Punkte kriegen, ne? So, wo gehen wir hin? Hier, ne? Zack, schnell reise. Gut. Wir haben hier schön steine gemacht. Wegräumen konnte wieder keiner. Oh, wir sind schon zu schwer. Dann räumen wir das mal hier rein. Steine. Holz haben wir noch eins. Was haben wir noch? Leder hatten wir da auch aufgesammelt. Zehn Stück an der Zahl, das ist gut. Wolle, naja. Giftdrüse. Hochwertiges Palöl. Ist da irgendwie noch was bei, was da rüber kann? Ich glaube nicht, ne? Doch, die Knochen. Wir haben ziemlich viele Eier, sehe ich gerade. Dann lass uns mal gerade hier. Nein, nicht da durch. Hört er auch auf zu brennen? Okay. So, das Ei ist fertig. Jetzt holen wir das da mal raus. Gewöhnliches Ei, keine Ahnung wer das ist. Ei, dir. Okay, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Saftiges grünes Ei, das nehmen wir mal. Zehn Minuten braucht das. Ne, sechseinhalb oder 6,40. Oh, hier hat einer tatsächlich mal was fertig gemacht. Da hätte ich ja jetzt nicht mit gerechnet, ne? Haben wir ja noch was offen, ne? Gibt es hier auch was für Lebensenergie, ne? Das wäre schade, ne? Wäre schön, ne? Nicht schade. Da geht mal gerade einer, okay. Jetzt können wir hier basteln. Ist hier irgendwas wichtig? Ich glaube nicht, doch. Die können wir ja mal machen. Da ist schon einer dran, aber das ist schon mal gut. Da brauchen wir nix. Lass uns erstmal Rüstung heile machen. Die steht da ja immer noch mit kaputt. Schild auch, alles ist heile. Wir konnten auch alles reparieren. Ach, die Armbrust können wir noch nicht reparieren. Die müssen wir erst ausrüsten, oder wie sehe ich das? Ach nee, da fehlt ein Nagel, okay. Das heißt, einen Nagel müssen wir hier an der Bank machen. Macht schon einer, dann brauchen wir uns nicht drum kümmern. Wie sieht es mit Essen bei euch aus? Okay, er esst jetzt die Spiegeleier als nächstes. Haben noch ganz viele Sachen im Rucksack, die können wir noch loswerden. Da waren wir schon. Dann gehen wir hier reingucken. Das Hörnchen noch dabei. Die Drüsen. Da haben wir auch noch einen von hochwertiges Palöl. Das ist hier nicht drin. Sieht aus, als ob es das hier war. Ne, das ist Schwarzpulver hier, oder Schießpulver. Geht dann noch rüber. Sonst passt es erstmal. Hier haben wir Palsaft. Haben wir jetzt vielleicht genug. Irgendwas wollten wir damit bauen. Können wir dann mal gucken. Ah, hier oben ist eine Drüse, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, diese Feder lassen wir auch mal hier. Toco-Toco-Feder. Und die Munition ist jetzt nicht hier drin. Nein, nein, nein. Oh, das war falsch. Aber wir waren schon eben da. In der Kiste hat gut geklappt. Müssen wir diesmal die öffnen, ne? Zündkerzen haben wir zwei. Munition haben wir jetzt andere Lage gebracht. Fällt mir gerade so ein, ne? Noch das mal da hin. Und noch das da hin. Ja, da weiß ich jetzt auch noch nicht. Ach so, das Holz kann man auch noch machen. Dann kann das auch hier bleiben. Ah, der Saft, der geht auch noch rüber. Dann kann das Ei da rein. Ich glaube, dann sind wir hier erstmal gut. War das hier mit dem Saft? Ja, der kann dann hier rein. Dann passt das. Munition haben wir gesagt, ganz woanders. Der Rubin muss noch irgendwo hin. Dann haben wir ja hier noch was. Komm, das kann auch hier rein dann. So, das ist erstmal... Ah, ne, da ist noch ein Ei. Na, komm, dann kommt das Ei hier rein. Erledigt. Das macht der Kühlschrank. Der hat noch die Beeren. Die nehmen wir jetzt mal raus. Und bringen die da hinten hin. Die sollen mal die Beeren aufessen hier. Gut. Die Eier nehmen wir mit. Die sollten wir auch nicht mitnehmen brauchen, ne. Verzip für Eier ist hier. So, hat der Fuchs was zu tun. So, was können wir hier noch machen? Munition können wir herstellen. Das hatten wir gelernt, ne. Was braucht man denn da? Metall bauen und Schießpulver. Okay, hätten wir sogar. Sehr schön. Feuerbogen. Haben wir einen Feuerbogen? Hm. Wenn, dann würde ich die Feuerarmbrust haben wollen. Dafür fehlt mir aber nur Feuerdrüse. Wie ist das für ein schickes Schild? Mega Schild. Ungewöhnlich. Da fehlen antike Bauteile auch für. Okay, dann war es das erstmal. So, und hier können wir wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Ach, die Sprutflinte war das. Ach, hier ist sie. Und das haben wir alles. Dann machen wir die doch, oder? Wie schnell geht die? Oh, die dauert ganz lange. Dann mache ich nichts. Jetzt haben wir das alles aufgehoben. Nicht so prickelnd. Dann holen wir das hier rein. Fast. Das war im anderen Lager. Wir müssen immer noch die Armbrust reparieren. Geht das jetzt... Nein, der Nagel ist noch nicht fertig. Der ist hier auf der Micbank daneben. Jetzt können wir sie reparieren. Gut, das heißt, hier sind wir durch. Wir gehen gerade ins andere Lager. Schnell reisen. Dahin. Gucken wir mal gerade, was hier so los ist. Nichts. Sieht alles schick aus. Wir gehen mal gerade an die Kiste, weil da müsste eigentlich unsere Munition drin liegen. Enttäuscht mich aber gerade. Die liegt hier nicht drin. Liegt sie hier drin? Ja. Okay, dann haben wir ja einiges an Munition hier schon mal. Gut. Eigentlich können wir das Essen mal... Ja, vielleicht lassen wir das bei denen hier, ne? Aber die hatten das Toastbrot hier, ne? Und die Beeren sind bald auch alle. Das nehmen wir mal raus hier. Und das kommt da hinten hin. Hier ist was fertig. So, da kann einer dann das verwässern. Und hier machen wir das neue Toastbrot noch. 21 Stück, sehr schön. So, hier oben haben sie wieder was geschmissen. Die Kiste kann ich was machen, öffnen. Hab ich die da hingebaut? Hm, weiß ich nicht. Kann sein, kann auch nicht sein. Ach, hier braucht man noch einen Kuchen, ne? Also, warte mal, Torte. Was braucht man für die Torte? Weiß ich gar nicht mehr. Lass uns schnell gucken. Die war hier drin, ne? So, dann müsste ich das anhalten. Das will ich jetzt auch nicht. Da unten auf der Werkbank, was machen wir da? Ah, lass die mal bauen hier. Hier haben wir nichts, das ist gut. So, ist das erst alles erledigt. Da ist einer hungrig, der braucht ein Brot, soll er essen. Komm, gucken wir gerade hier noch rein. Die Toastbrot da reingeschmissen. Die frischen Bären schmeißen wir auch noch da rein. Ja, das kann dann auch hier bleiben. Dann haben wir das erst. Kurz nochmal hier hin. Den da raus. Und den Rest behalten wir. Ach, hier ist immer noch diese Eisdrüse. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an. Und kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben. Und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.